Musik SINF-Hotel hat bei Audit Familie und Beruf mitgemacht, damit sich die MitarbeiterInnen mit dem Betrieb identifizieren, dass sie gerne zur Arbeit kommen, motiviert und zufrieden sind. Die Stressbelastung und die Fehlzeiten haben sich in der letzten Zeit sehr reduziert und es ist eine höhere Motivation der MitarbeiterInnen spürbar geworden. Die Genossenschaft SINF-Hotel besteht seit 13 Jahren und hat in dieser Zeit folgende Maßnahmen erarbeitet. Die familienbedingte Teilzeit, die Regelung der Arbeitszeiten, die festgelegte Urlaubsregelungen, die Schulungen bei Wiedereinstieg, die Wiederaufstockung der Teilzeit, also wenn Mitarbeiter durch familiäre Gründe nur Teilzeit gearbeitet haben und mit der Zeit mehr Stunden machen möchten, ist dies auch möglich. Die wichtigste Erfahrung von Audit Familie und Beruf war die positive Rückmeldung von Seiten der MitarbeiterInnen, ein angenehmes Betriebsklima und die Offenheit hinsichtlich der persönlichen Bedürfnisse zur Familie und Beruf. Die Mitarbeiter sind das Unternehmen. Sie sind das Wichtigste, denn sie entscheiden über Erfolg und Misserfolg in unserer Genossenschaft. Wir erwarten uns durch die Zertifizierung unseres Unternehmens ein positives Image in der Öffentlichkeit zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank.